Ich bin UOL, weil ich hier in der Universitätsbibliothek die Aufsicht führen darf und alle Leute hier im Empfang nehmen kann und mit kleinen Hilfestellungen Freude bereiten kann und hier auch für einen angenehmen Bibliotheksaufenthalt sorgen kann. Ich bin auch ein kleiner Teil der Schwerbehindertenvertretung und hoffe auch da einen Beitrag zur Universität leisten zu können. Ich mag an meiner Arbeit den Umgang mit meinen Mitmenschen und die vielen Begegnungen im Positiven und ganz selten im Negativen. Einen besonderen Moment an der Universität habe ich eigentlich häufig. Ganz besonders ist es so, wenn Studierende und ehemalige Mitarbeitende nach Jahren wiederkommen, um mal zu sehen, ob ich hier noch arbeite und sich daran freuen, dass der freundliche Mensch immer noch da ist. Für eine Woche tauschen würde ich gerne mit dem ICBM, aber auch der Botanische Garten würde mich reizen und natürlich auch eine Woche auf unserem Forschungsschiff. Ich wünsche der Universität in den nächsten 50 Jahren weiterhin die Freundlichkeit und Menschlichkeit, die hier vorherrschen.